was haben wir heute wir gucken paar foto aus kindheit von bekannten menschen also ich muss raten wer ist das diese bekannte menschen aber von kleinen herzlich willkommen auf meinem youtube kanal mein name ist ramin wenn du nicht meinen kanal hast jetzt drückt hier abonniere meinen kanal bald kommen solche videos ich grüße eure herzen ich hasse euch fängt wir an let's go das ist ein rapper nein ja nicht nur das ist eine showspieler und kann sein ja in amerika schwer und ich nicht versuch mal ist jetzt richtig alt natürlich weiß ich nicht sein erster buchstabier name nachname oder vorname ist doch scheiße vor name aber kann ich das kann ich diese person du ja natürlich okay sagt er ist ein buchstabier sehr einfache foto was ich mein leben gesehen habe für mich war auf jeden fall ist sie sehr schwer sehr schwer aber nächste foto ja genau deine mutter du musst einfach sagen wer ist das dann einfach aus deutschland ich kann sie persönlich auch nicht weiß ich nicht sie spielt sie spielt beim talent show schulspieler oder rapper rapper englisch oder deutsch aber er ist nicht deutsch weißt du sehr schöne kind auf jeden fall aber schwer er ist gangsterrapper oder gangsterrapper und und soll ich sagen so weiß ich nicht Fotos mit kapital weißt du ich wurde gerade kapital sagen aber er ist keine kapital kann man merken kann man merken aber ja kapital auch gut ich höre nicht sehr gerne deutsch rapper eigentlich ich höre noch englisch topat und aber das war schon ok leute das war für heute abonnieren meine kanal bald kommen richtig geiles videos und ich hoffe dass diese video gefällt abonniert meine kanal wenn nein ich komme personal ich ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich ich hasse euch alle ich grüße eure herzen bleibt gesund warte 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 warte